Guten Tofu, äh, guten Abend miteinander. Tofu ist eine Neuigkeit, die Sie jetzt bei GOP einkaufen können. Und wenn Ihnen Tofu ein bisschen japanisch vorkommt, dann haben Sie gar nicht zu Unrecht. Tofu kommt nämlich aus dem fernen Osten ursprünglich. Den kennt man nämlich schon seit rund 2000 Jahren. Und in vielen Ländern gehört er zur täglichen Nahrung, so wie bei uns Brot oder Fleisch. Aber auch bei uns findet dieser neu alte Tofu immer mehr Anhänger, weil Tofu ganz der neuzeitlichen, gesunden Ernährung entspricht. Wenig Kalorien, leichte, mit wertvollen Vitaminen und Nährstoffen und viel hochwertigem Eiweiss. Aus dieser Pflanze wird Tofu hergestellt. Es ist die berühmte Sojabohne. Für unsere Bedarfe wird sie auf grossen Plantage in den USA angepflanzt. Das Exemplar hier ist jetzt schon ziemlich ausgereift. Und in ein paar Tagen könnte man mit der Ernte anfangen. Und da haben wir auch die geernteten Bohnen, die dann in verschiedenen Arbeitsgängen zu Tofu verarbeitet werden. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wie isst man denn eigentlich den Tofu? Ja, das Glatte am Tofu ist eben, dass man fast alles damit machen kann. Man kann ihn bachen, man kann ihn braten, kochen, frittieren, aber man kann ihn auch kalt essen. Und je nach dem entsprechenden Würzen oder nach der Zubereitungsart, gibt es dann immer wieder ein neues und ein schmackhaftes Gericht. Auf jeder Packung von Gobe Tofu finden Sie zum Ausprobieren verschiedene lustige Rezepte. Ich wünsche viel Vergnügen beim Kochen. Und jetzt habe ich noch etwas für alle, die gerne eine Tasse Kaffee trinken, aber ein wenig empfindlich sind. Es ist der neue, filterfertig gemahlene Gobe Kaffee mild. Wie der edle Jubilor, der Caldfolie Excellento oder der kräftige Espresso von Gobe, enthalten auch der neue Mild nur allerbeste Sorten von ausgesuchten Provenienzen. Mit einem natürlichen Spezialverfahren werden am Mild vor dem Rösten aber verschiedene Reitstoffe entzogen. Sie können ihn also ruhig geniessen der neue Kaffee mild von Gobe. Er ist anregend, weil das volle Aroma drin bleibt, aber auch für Kaffee empfindliche gut verträglich, weil er wenig Reitstoffe enthalten. Bei den Schuhen zeichnet sich für den kommenden Herbst ein starker Trend zu mehr Sportlichkeit. In Ihrem Diana-Schuhfachgeschäft finden Sie jetzt die neuesten Modelle in einer reichen Auswahl. Weiche Materialien und flache bis mittelhoche Absätze für die Arme, schnürige, Polster und kompakte Sohlen für die Herren und strapazierfähige Stiefel und farbige Moonboots für die Kinder. Im Diana-Katalog, wo diese Tage mit der Post verteilt wird, hat es übrigens einen Gucci, den Sie bei Ihrem nächsten Einkauf bei Diana einlösen können. Und jetzt habe ich nochmal zwei ganz aktuelle Mitteilungen. Es geht um neue Gobe-Verkaufstellen. Und zwar wird morgen Morgen in Seon im Kanton Aargau ein neues Gobe-Center eröffnet. Und in Zürich kann man ebenfalls im neuen Gobe-Center einkaufen. Nämlich im Gobe-Center Wibkingerbruck an der Röschibachstrasse. Und jetzt schalten wir noch um in die Studioküche zum Gobe-Rezept dieser Woche. Das Angebot an schmackhafte Schweizer Tomaten ist immer noch gross. Darum ein Rezept für gefüllte Tomaten. Pro Person zwei halbierte Tomaten aushöhlen, ein bisschen würzen und in eine eingefettete Gratinform setzen. Für die Füllung geriebenen Käse, Quark, Eigel und Weisswein miteinander verquirlen. Mit Timian, Muskelnuss, Pfeffer und Salz würzen und dann zum Schluss steif geschlagenes Eiweiss darunter ziehen. Mit dieser Masse die Tomaten füllen. Den Rest der Füllung in Zwischenräume verteilen. Schon nach 20 Minuten im heissen Ofen kann man die gefüllten Tomaten servieren. Das Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung dieser Woche und morgen den ganzen Tag im Teletext Seite 270. Einen guten. Damit sind wir am Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Achtet Sie aber noch auf die Aktionen, die kommen. Es lohnt sich. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. Bei Coop gibt es jetzt Hextstark Kinderjeans aus 100% Baumwolle in verschiedenen Farben ab Grösse 104-176 für 16-20 Franken. In allen Coop-Warenhäusern gibt es jetzt tolle Bettwäsche in verschiedenen Qualitäten und modischen Dessins zu besonders günstigen Preisen. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Dosen Midierbsli mit Karotten, Fein statt 5,60 für nur 4,60. 2 Dosen Midierbsli mit Karotten, Mittelfein statt 4,80 für nur 3,80. Salami Tipo Milano Stück an 380 Gramm statt 10,25 nur 8,50. Und geschnitten per 100 Gramm statt 2,70 nur 2,25. Hier zu heute käse Natur statt 1,85 nur 1,35. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag entlitt das 1 Pflanzenöl statt 5,95 nur 5,30. Italienische Regina Trauben per Kilo nur 1,40. Und 4 Kilo nur 5,20. Auf Wiedersehen.